... dass ihr bei jedem Posten Stempel hießt und ihr schickt mal hin. Wenn es gibt, dann klingt das alles ordentlich. Wenn es mal nicht, ähm, das nicht mehr ist, dann müsst ihr den Namen ständigen, so unten rein in der Tat. Wenn aber der ganze Postempel ist, dann gibt es einen Papierschlüssel. Da gibt es so wie hier zum Beispiel die Grünen, am richtigen Postenstandort einfach so kleingeschnittener bunte Papierschlüssel. Da soll ich hier hinstecken. Einer davon reicht, wenn ihr die Zunge, einer davon reicht, ähm, als du weißt, dass ihr da gewesen seid. Ich muss einfach einzeln, so wie ich gleich wieder auf meine Seite, lasst die Karte bitte noch zugeklappt, bis ich sage, ähm, los geht's. Dann müsst ihr zuerst den Schick hier reinstecken, dann dürft ihr die Karte aufpassen und los. Okay? Lennart? Norbert? Nein, noch mal. Ich bin hier Spaziergänger, ich gehöre gar nicht zu denen. Wir haben fast geklappt mit der Tarnung. Nee, aber es ist ganz wichtig, da müssen wir streng sein. Ja, aber wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehen würde, ich zieh mich zurück. Los, Männer, lauf! Und los! 200 Meter noch, 200 Meter, 200 Meter! Komm, Felix, zieh durch! 200 Meter, 200 Meter! Endspurt! Endspurt! Hol ihn dir, hol ihn dir, komm! 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 Panne! Panne! Panne, 200 noch, Panne, 200 Meter, zieh durch! Panne, los, komm, zieh durch! Endspurt, 200 Meter, komm! Moritz! Moritz! Sieh, Sieh, Sieh! Panne, zieh! Moritz! Na, Moritz, komm doch mal, zieh durch! 200 Meter, komm, Moritz! Moritz, komm, los! Moritz, komm! 200 Meter, zieh, noch nicht mal mehr, 200! Komm, Moritz! Moritz, wenn du jetzt nach mir im Ziel bist, komm! Komm, Moritz, zieh durch! Zieh durch, lauf 200 Meter nach! Jawoll! Geht durch, komm, Moritz! Hey, geil! Zieh durch! Hop, 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 hop! Der hat nochmal durchgezogen sich! Der hat nochmal durchgezogen sich! Der hat nochmal durchgezogen sich! Jupp! Warte, Mama, ich mach mal die Socken in den Platz! Moritz, ein Traum! Glückwunsch! Wie kann ich die aufrunzen? Wurzen wir da durch? Du! Also die Brennnesseln sind da durchgegangen! Ab morgen, ne! Kann ich abgeben? Wenn ihr alle zusammen wollt, bitte dann zum Abstand gehen! Danke!